Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute eine weitere News Nachrichten Lesplay. Im Intro ist leider nicht erläuterlich. Da habe ich mich ein bisschen vertan, aber sorry, ich finde das andere Intro nicht mehr. Aber was sehr spannend ist, WhatsApp hat doch einen Haken. Ja, letzten Tage hat ein, ja, WhatsApp Nutzer herausgefunden, dass WhatsApp immer noch die Nachrichten anspeichert und Facebook darauf zugriff hat. Was hat das denn für uns aufgeführt? Die Ende, zu Ende verschwüßt nun die Zeit April 2016 ist. Ähm, gibt es immer noch, aber da gab eben dieses Problem. Leider. Das ist ein sehr großes Problem für die Betreiber auch und auch für die und ja, ich hoffe mal, dass es bald geklärt wird, ähm, was für Inhalte da überhaupt, ähm, weitergegeben wird und hier noch ein paar weiteres Info. Musik 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 Amen. 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 Auf Wiedersehen. Ich weiß, das ist ein großes Thema und ich werde daran dranbleiben. Bis bald, hier auf meinem Kanal. Tschüss. Ich weiß, das ist ein großes Thema.